Wenn also Ukraine auf Gebiete verzichten würde, dann sagen der Rest, Ukraine, das ist die Republik Ukraine und die geht in die NATO. Das ist nur schwer vorstellbar. Zwei Jahre Angriff Russlands auf die Ukraine. Am 24. Februar 2022 überschritten russische Truppen die ukrainische Grenze. Aus einem gescheiterten Blitzkrieg ist inzwischen ein blutiger Abnutzungskrieg geworden. Ist es rechtens, was dort geschieht? Nein. Darf Russland das besetzt halten und dann auch inkorporieren, die russische Föderation? Nein. Aber wenn es nicht anders geht, muss ich fragen. Die Kranjana Peninsula ist weg. Er kommt zurück. Das ist es. Das ist ein Fakt. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Kai Achim Schönbach, dem ehemaligen Marineinspektor der Bundeswehr über diesen Krieg. Welches Resümee ziehen Sie, Herr Schönbach, zu diesem Krieg? Also vom Beginn an soll man sagen, es ist ein schändlicher Krieg. Es ist ein Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Ukraine gewesen. Aus meiner Perspektive durch nichts gerechtfertigt. Das hilft auch die ganze Propaganda der russischen Führung nichts. Nach zwei Jahren, in der Tat, so wie Sie es gerade eingeläutet hatten, es war erwartet worden, ein Angriffskrieg. Ich habe das anderen Orten schon mal gesagt. Eigentlich war ich, wie viele andere, überrascht, was die russische Armee nicht kann. Nämlich eine im Vergleich zur russischen Armee kleinen Streitkraft nicht niederwerfen zu können, sondern von Beginn an mit offensichtlich großen Fehlern zu müssen sagen, dass diejenigen, die von Landoperationen und Taktik noch deutlich mehr Ahnung haben als ich. Und jetzt ist es in der Tat teilweise ein Stellungskrieg, aber insbesondere ein Abnutzungskrieg, der Gefahr läuft, dass er tatsächlich einfriert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eben der Nachschub für die ukrainische Armee einmal doch schleppend beziehungsweise nicht so ist, um ihr jetzt wirklich den entscheidenden Vorteil zu verleihen. Also er friert ja nicht nur ein. In den letzten Wochen ist ja sogar Bewegung reingekommen, dass sich die russischen Truppen sogar wieder vorwärts bewegen. Aber nochmal nachgefragt, hätte denn aus Ihrer Sicht der Krieg 2022 verhindert werden können? So ähnlich, und das wissen ja auch Ihre Zuschauer und die meisten auch, war das ja einer der Gründe, weswegen ich am Ende gehen musste, obwohl ich das sicherlich anders gemeint hatte. Ich war ja seit einer Zeit in Indien gefragt worden, wie könne man denn die Ukraine retten, wie könne man sie sichern? Und davon war ich nur noch tief überzeugt und sagte dann seiner Zeit, und so meinte ich das auch, hat der Westen, haben wir alle gemeinsam irgendwann zu einem Zeitpunkt X einen Fehler gemacht und sind falsch abgebogen, haben wir im ausreichenden Maße die Sicherheitsvorstellungen der russischen Föderation so wahrgenommen, dass man hätte im Vorfeld einen Krieg vermeiden können. Das bedeutet, wenn ich es so sage, und das ist mir ganz wichtig, das muss man nicht akzeptieren, was die russische Föderation sich vorstellt, das muss sich ja auch alles im völkerrechtswissen richtigen Rahmen bewegen, aber möglicherweise, und das ist immer so, zum Konflikt gehören immer zwei. Eine ist der immer nur Böse, der andere sind immer nur die Guten. Also sage ich mal Resümee, irgendwo haben wir vielleicht einen Fehler gemacht, aber es ändert nichts daran, der Krieg ist von Russland begonnen worden. Wer zum Schwert greift, ergibt sich ins Unrecht. Sie haben es damals auf die Formel gebracht, weshalb Sie dann auch im Januar 2022 von der Verteidigungsministerin entlassen worden sind. Sie haben gesagt, Putin fordere Respekt und es würde uns nichts kosten, Putin diesen Respekt zu geben. Was haben Sie damit gemeint? Also ging es wirklich Putin um diese, wie soll man sagen, das respektable Gegenübertreten? Oder ging es auch um harte Fakten, das heißt Landgewinn und die Beseitigung der Ukraine als Nation oder Beseitigung der ukrainischen Regierung? Nein, natürlich nicht. Es ging, ich habe das mal so ausformuliert, Peter Struck hat mir das mal, der ehemalige Verteidigungsminister, leider auch schon verstorben, hatte mir das mal gesagt, egal wo wir hingehen, kleine Nationen, große Nationen, Demokraten, Autokraten, wir begegnen jedem auf Augenhöhe mit Respekt. Das bedeutet nicht, dass man sich dessen Meinung zu eigen macht, aber der Versuch eben zu sagen, ich versuche mit dem anderen in der Sicherheitspolitik und vor allem, wenn es eine krisenhafte Entwicklung ist, dem anderen zuzuhören und zu versuchen, den Konflikt zu steuern, ihn zu kontrollieren, im Zweifelfall auch abzuwenden. Und ich war ja in dem Raum gefragt worden, das lässt sich leider in der Tonspur nur schlecht nachvollziehen, im Raum gefragt worden, habt ihr denn, das kam ja eine Frage aus Indien, habt ihr denn mit Putin gesprochen? Daraus entwickelte sich dieses Gespräch. Aber mitnichten natürlich nicht gemeint. Der Respekt gegenüber Putin oder gegenüber Russland müsste dergestalt sein, dass wir irgendwelche Landgewinne den Russen zugestehen. Das ist natürlich völlig absurd. Sie meinen also, der Westen trägt eine Mitverantwortung am Ausbruch des Krieges, weil man nicht versucht hat, es rechtzeitig vorher zu verhindern, weil man nicht alles versucht hat, in Verhandlungen auch die russischen Interessen zu berücksichtigen. Es wäre jetzt eine verkürzte Sicht, wie ich es meinte. Ich kann das nur wiederholen. Das ist ja auch ungefähr ja auch das, was man an denjenigen, die man dann zu Putin-Verstehern oder Russland-Unterstützern gemacht hat, was auch in meinem Fall ein Märchen ist. Ich war es nie und ich werde es auch nicht mehr werden in diesem Leben. Es ging mir nur darum, und ich sage das heute auch noch, es ging um die Frage, man muss miteinander reden. Das ist das, was auch Peter Struck, viele andere Diplomaten ja auch immer gesagt haben. Wir müssen miteinander reden und versuchen, Konflikte zu vermeiden. Das kann ich nicht beurteilen, ob das im ausreichenden Maße getan wurde. So wurde ich gefragt und ich sage, das hätte man tun müssen, wenn es nicht geschehen war. Und sollte man das nicht getan haben, dann wäre es ein leichtes, dieses zu tun. Man kann mir vorwerfen, das mag naiv sein. Nur weil man redet, vermeldet man einen Krieg. Aber ich meine, Diplomatie ist nun mal eine Grundlage von Außenpolitik. Das habe ich damals gefragt, in den Raum gestellt. Waren wir da ausreichend aktiv? Möglicherweise nicht. Dann hätten wir eine Mitschuld. Der Kriegsausbruch hat ja zu diversen Desillusionierungen geführt. Also eine Desillusionierung war wahrscheinlich, dass man nicht ernst genommen hat, dass Russland mit diesem Aufmarsch auch wirklich den Willen verbindet, auch tatsächlich anzugreifen. Auf der anderen Seite eine Desillusionierung, was den Willen der Ukraine angeht, sich auch wirklich zu verteidigen. Also in den ersten Tagen, Wochen hieß es ja auch oft von verschiedenen Militärexperten, die ukrainische Armee würde wenige Tage aushalten können oder Wochen und dann wäre sie überrannt. Also zweigeteilt. Zum einen, das muss der Leser oder der Zuschauer wissen, die russische Föderation führt mehrere Großübungen durch, das einmal im Westen, im Osten und die Zentralregion. Das ist schon mal wieder geschehen. Hier waren die Zeichen sicherlich anders. Ich bin ja in Indien auch gefragt worden, ob ich denn glauben würde, dass man jetzt in diesem Falle einen Krieg zu erwarten hätte. Und ich sagte seinerzeit, das ist ja heute eigentlich immer noch so, jetzt auch durch die gleichen Grenzverschiebungen entlang der Kontaktlinie. Ich habe damals gesagt, es ist ein Unsinn zu glauben, man würde, also russische Föderation würde nun die Ukraine angreifen, um diesen kleinen Rest des Donbasses, der in diesem Falle von den Milizen noch nicht besetzt war, implizierend, wenn es zum Krieg kommt, dann geht es richtig los. Dazu muss ich sagen, und ich will mich da nicht ausschließen, also Militärexperten, wie alle anderen Experten, sind immer dann die großen Experten, wenn ein Event eingetreten ist. Dann sagt man in der Rückschau, ja das war ja ganz klar, dass es so kommen musste, nur kurz vorher. Also ich denke, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, in der Tat Militärexperten, die gesagt haben, die Ukraine hat keine Chance. Also wenn man eines nie tun darf, egal in die eine wie in die andere Richtung, was ja aktuell auch wieder geschieht, man darf einen Gegner niemals unterschätzen. Und ich denke, dass die russische Föderation vielleicht so wie eine Snapshot, also so eine schnell einfach aus der Situation heraus, aus einer Übungssituation heraus, jetzt einen Angriffskrieg geplant hat und in der Erwartung, dass die ukrainische Armee zusammenbricht, da haben sie sich geschnitten, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken und der Verteidigungswille und die Befähigung ist schon sehr beeindruckend gewesen und ist es immer noch. Ein Streitpunkt ist ja auch zwischen den verschiedenen Perspektiven, warum sich die Russen im Frühjahr 2022 aus der Region Kiew zurückgezogen haben. Die ukrainische westliche Seite sagt, weil die Ukrainer so auch entschlossen gekämpft haben und die Russen zurückgeworfen haben. Die Russen behaupten, naja, man hätte sich zurückgezogen, um Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Da wird nur gesagt, im März 2022, während damals in der Türkei, wäre man da sehr weit fortgeschritten gewesen, aber durch einen Besuch von Boris Johnson in Kiew wäre den Ukrainern also die Bereitschaft ausgetrieben worden, sich hier mit den Russen zu einigen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Dinge? Also wäre ich noch im aktiven Dienst gewesen, gut, dann hätte ich es vielleicht nicht erzählen dürfen oder können. Ich kenne also auch in diesem Falle nur das, was Sie und ich letzten Endes den Medien und den Verlautbarungen entnehmen können. Ich denke, das ist aber jetzt auch nur eine Vermutung, ich denke, dass man relativ schnell gemerkt hat auf der russischen Seite, dass ein weiteres Vormarschieren und Vortreiben der Frontlinie nicht möglich war. In der Tat haben die Ukrainer, das tun sie immer noch, heldenhaft gekämpft. Ich drücke das mal als Soldat mit Bewunderung aus. Und tatsächlich, wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang, dieses völlige logistische Desaster, dass man im Norden der Ukraine, also von der Ostseite kommt, in der Norden der Ukraine mit kilometerlangen logistischen Kolonnen festsaß. Und man hat dort einfach die Initiative verloren. Ich denke, dass auch der anfängliche Impetus, der hieß, Russland will die gesamte Ukraine zerschlagen, den Faschismus niederringen und und und, dass man dort schnell an seine Grenzen gekommen ist, was sich ja heute auch noch zeigt. Und sie mussten sich schlichtweg zurückziehen. Das ist das eine Militärische. Dass man diese Istanbul-Verhandlungen, die hat es ja gegeben, das ist ja jetzt nichts aus der Luft gegriffenes. Das hält sich hartnäckig, dass Boris Johnson oder die Engländer, Großbritannien, mit Sicherheit nicht ohne Rückendeckung aus Washington möglicherweise dort diese Verhandlungen abgebrochen, unterbrochen hat oder die ukrainische Führung dahingehend bewogen hat. Das ist, ich weiß es nicht. Ich kann es also auch nur nacherzählen, so wie sie das auch können. Das wird dann sicherlich die Geschichte sicherweisen. Inzwischen erleben wir, dass eben die westliche Unterstützung für die Ukraine erlarmt und auf der anderen Seite die russische Seite, also im Rahmen ihrer Kriegswirtschaft, die russische Rüstung enorm hochgefahren hat. Man also auch da vielleicht unterschätzt hat, welche Ressourcen dort freigesetzt werden können auf russischer Seite. Jetzt sind wir an so einem Punkt in der Ukraine, wo eben fast wieder am selben Punkt, wo dieser mögliche Friedensschluss vielleicht denkbar gewesen war. Selenskyj hat jetzt den Generalstabschef ausgewechselt. Als Militär, wie schätzen Sie das ein? Ist das ein normaler Vorgang oder was ist mit diesem neuen zu erwarten? Also jetzt auf Ihr letzter Anteil Ihrer Frage. Also es ist insofern in einem normaler Vorgang, wenn denn die ukrainische Führung der Auffassung ist, er erreicht das nicht, was man ihm auferlegt hat. Ich kenne nur den einen ein wenig, also vom Nachlesen von früherer Beschäftigung, weil ich ja lange Zeit auch mit dem Thema Ukraine beschäftigt war. Aber der Neue sollte eben diesen neuen Schwung bringen. Tatsächlich, und das ist der Eingangs, wie Sie eingangs die Frage gestellt haben, da muss man zumindest mit zwei Sätzen ausholen. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang erwarteten Sie, wir hatten schon darüber gesprochen, dass die russische Armee relativ schnell und zügig das Ganze beenden wird. Dann waren über lange Zeit in den Medien zu lesen, und da bin ich ja letztlich nur ein einfacher Mediennutzer, wie jeder andere auch. Bei den Erfolgsmeldungen, die die ukrainische Armee an der Kontaktlinie, also an der Frontlinie hatte, hatte man den Eindruck gehabt, wenige Wochen später stehen Sie vor Moskau. Was auch nicht der Fall ist. Gestern las ich, dass eine russische Offensive zurückgeschlagen wurde in der Südukraine. Da ging es um drei Panzer, die am Ende weggeschossen wurden. Also ich denke, das wäre meiner Ansicht nach auch so die Forderung an die ganzen Experten, da gibt es natürlich schon einige. Die müssen einfach mal so ein bisschen wieder ein wenig auch herunterschrauben und dem Mediennutzer auch mal die Gelegenheit geben, wirklich eine Einschätzung zu bekommen, was da wirklich geschieht. Also insofern müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. Ich schätze, die ukrainische Führung hat einfach jetzt diesen etwas festgefahrenen, anfänglichen Schwung, von dem man sich ja erhoffte aus der Sommeroffensive, die dann sich ja festgefahren hat, jetzt mit einem neuen Mann einen neuen Schwung zu bekommen. Und wir hören von beiden Seiten also überwiegend, das ist banal, Propaganda und Übertreibung. Aber wie ist aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie persönlich die Lage jetzt in der Ukraine ein? Also ich habe das vorher ja gesagt, es ist ein bisschen eingefroren. Sie hatten dann darauf gesagt, es ist Bewegung. Jetzt gestern, vorgestern ist ja wieder eine kleinere Ortschaft, naja Stadt, geräumt worden von den Ukrainern, die lange gehalten wurde. Ich denke, wenn man auf die Karte schaut und im Internet lässt sich, muss man nur hoffen, dass das auch alles korrekt ist, was da dargestellt wird. Wenn man das ein bisschen vergleicht, sieht man, welche Bewegungen vor und zurück gehen. Insgesamt muss man sagen, richtig groß bewegt sich das nicht. Und das wird sich meiner Ansicht nach auch jetzt nur im Zweifelfall in die Richtung, Richtung Westen bewegen, weil nämlich genau das geschieht, was Sie gerade sagten. Die Kriegswirtschaft, das Umstellen auf Kriegswirtschaft, das haben Sie offensichtlich gut geschafft, die Russen, sind jetzt in der Lage, relativ viel Material an die Front zu werfen. Und wenn jetzt auf der Gegenseite nicht im ausreichenden Maße nachgeliefert wird, dann kann da die Bewegung doch sich schneller nach Westen bewegen. Deswegen muss der Krieg noch nicht zu Ende sein und die Zerschlagung der Streitkräfte der ukrainischen vorgenommen werden. Aber ich denke, wenn der Westen tatsächlich die Ukraine nicht nachhaltig unterstützt, dann kann es nochmal richtig gefährlich werden. Die Berichte über die Münchner Sicherheitskonferenz sind sehr pessimistisch. Also es zeichnet sich eigentlich ein Bild ab eines geschwächten, entschlusslosen Westens, der Angst hat, dass im Herbst Donald Trump Präsident wird in den USA und dann noch mehr die Unterstützung für die Ukraine entzogen wird. Welches Bild wird denn insgesamt abgegeben? Also vor zwei Jahren wurde noch ganz großspurig verkündet, man könnte Russland also wirtschaftlich in die Knie zwingen, die Wirtschaft Russlands zerstören, hat glaube ich sogar die deutsche Außenministerin behauptet. Jetzt sehen wir, dass die Wirtschaftssanktionen weitestgehend folgenlos zu sein scheinen. Ja, wer ist am Ende dieses Konflikts Sieger und Gewinner, wenn man jetzt unterstellen würde, an der jetzigen Kontaktlinie, würde es jetzt zu einer diplomatischen Einigung kommen, zu einem Friedensschluss, zu einem Waffenstillstand? Gut, sehr viele Aspekte, die ich versuche, sonst müssen Sie mich nochmal daran erinnern, abarbeiten in Ihrer Frage. Nehmen wir mal das erste, die Sicherheitskonferenz. Sie ist ein Brennglas. Sie ist auch eine, so ein bisschen eine Roadshow, mit Blick auf Sicherheitspolitik, wo steht man. Ich habe an zwei oder drei auch teilgenommen. Ich war natürlich nur als Assistent oder Mitbeobachter. Und die eigentlichen Gespräche finden natürlich nicht vorne auf der Bühne statt. Die finden in den Hinterzimmern statt. Aber es geht hier nicht um Hinterzimmer-Diplomatie, sondern um die Frage, was wird wem zugewiesen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Absprachen. Und diese Stimmung habe ich heute Morgen auch nochmal im Morgenmagazin gehört. Da war ein Professor, der das sehr intensiv begleitet hat. Der sagte, es sei eine düstere Stimmung. Also insofern kann ich das nur nacherzählen. Ich denke, dass die letzten Tage die Unterzeichnung mit dem Herrn Bundeskanzler, Fragen der Unterstützung, die Ankündigung, dass die Slowakei und jetzt auch Dänemark ihre Artilleriemunition quasi der Ukraine gibt und ähnliches, das sind aber im Vergleich zu dem, was möglicherweise wegbrechen würde, wenn die amerikanische Unterstützung, die muss ja nicht gleich hundertprozentig wegbrechen, aber das kaum überhaupt nicht kompensieren kann. Und dabei ist meiner Ansicht nach am wichtigsten das Auftreten von zwei ganz wichtigen Senatoren, Vertretern der US-Regierung, die dort aufgetreten sind, die sich sehr, sehr, sehr zurückhaltend geäußert haben, ob der weiteren Unterstützung. Der große weiße Elefant, nämlich Donald Trump, stand im Raum, der war mit dabei. Und das muss für alle Europäer auch die größte Sorge sein. Das war zum Thema Sicherheitskonferenz. Der andere Punkt nochmal, dass ich mich jetzt, dass ich nicht die richtige Reihenfolge habe, zur Erinnerung... Naja, die Frage ist, wenn es jetzt dazu käme, dass es zu einem Friedensschluss, diplomatischen Friedensschluss komme, wer eigentlich dann Gewinner und Verlierer dieses Krieges wäre? Eine ganz interessante Frage, weil die meiner Ansicht nach, zumindestens, ich schere das natürlich auch regelmäßig, interessiert mich ja weiterhin. Als Soldat würde ich Folgendes machen. Erstmal die Definition, was ist ein Sieg? Also was ist der in diesem Falle der Sieg der Ukraine? Dann würde ich zumindest raten zu sagen, nun, der Sieg der Ukraine könnte bedeuten, müsste bedeuten, das Räumen der russischen Truppen von dem gesamten ukrainisch besetzten, also von der Ukraine besetzten Landes, inklusive der Krim. Ist das erreichbar? Nicht, weil ich das an der Zeit gesagt habe, als ich sagte, die Krim sei weg und käme nicht wieder. Es war eigentlich nur gemeint, die russische Föderation würde die Krim auf Freiwilligerbasis nicht wiedergeben, zurückgeben an die Ukraine. Sprich, das wäre dann ein Sieg. Sieht das danach aus im Moment? Das muss man sich ehrlich machen, das sieht nicht danach aus. Wenn es also jetzt an dieser Stelle, mal angenommen, es wäre so, würde jetzt und es würde so bleiben, was gibt es für Optionen? Das wäre natürlich nicht unbedingt eine finale Niederlage der Ukraine, aber es wäre natürlich auch eine Niederlage des Westens. Denn Russland würde im Zweifelfall erwarten, dass die Gebiete, die jetzt da drin sind, die übersetzt sind, eingefroren, Teil Russlands werden oder Teil der russischen Einflusszone. Also das heißt, wenn wir jetzt, das sage ich natürlich auch, und ich sage das einfach mal als Menschenfreund, natürlich braucht es einen Waffenstillstand. Denn das Leiden der Bevölkerung sollte nicht weitergehen. Aber letztendlich ist das eine Entscheidung natürlich der Ukrainer, der ukrainischen Bevölkerung und der ukrainischen Führung. Aber wie könnte eine zukünftige Friedensordnung dann dort sein? Bleiben die Gebiete auf ein ukrainisches Staatsgebiet, aber es gibt eine russische Sprachpolitik, gibt es eine Zollunion oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber es darf nur eines, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, Russland darf nicht als Sieger, also als Raubstaat vom Platze gehen. Auch dort müssen erhebliche Zugeständnisse gemacht werden, im Zweifel Reparationen oder, oder. Aber ich sage, in dem Moment, in dem ich mich selber reden höre, weiß ich, dass ich das im Moment zumindest nicht als realistisch erkennen muss. Wenn es jetzt eingefroren würde, ist es eine Niederlage der Ukraine und Niederlage des Westens. Vor allen Dingen stellt sich ja nach einer denkbaren Einigung sofort wieder dieselbe Frage wie vor dem Krieg, nämlich wer gibt der Ukraine, oder sagen wir der Rest-Ukraine, Sicherheitsgarantien, und wie sollen die eigentlich aussehen? Es wurde ja darüber gestritten, soll die Ukraine einen Weg in die NATO finden? Wenn sie den nicht findet, die NATO-Mitgliedschaft ist die ultimative Sicherheitsgarantie, wie soll dann eine ernstzunehmende Alternative, aussehen? Also da muss man zumindest mal diese Jahre zurückgehen, als es, ich nenne das einfach mal, eine Eroberung, auch wenn es nicht eine Schlachtwelt der Krim war, sondern mit den kleinen grünen Männchen, man mag sich erinnern. Damals gab es drei Garantiemächte. Gut, Russland fiel natürlich als Eroberer aus, aber es waren Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika, die gemessen an der Unverletzlichkeit der Grenzen dort nichts getan hat. Das ist die Frage, was hätte man tun können? Also will ich jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt müsste man in einer neuen Friedensordnung wiederum irgendwelche Signatarmächte oder Gruppen, die tatsächlich dann diese, wie auch immer die Ukraine dann aussieht, dann noch einmal garantieren. Ich weiß nicht, ob die Ukrainer mit einem großen Vertrauen daraufhin das tun würden. Man hört ja vielerorts, die Ukraine soll in die NATO. Da kommen wir wieder in dieselbe Geschichte und dieselbe Problematik hinein. Dieses ist dann an der Westgrenze Russlands eine Entscheidung, die auch die Sicherheitsvorstellung Russlands zumindest mal abfragen sollte. Es muss ja am Ende auch ein gedeihliches Miteinander sein. Also so einfach mal, die Ukraine geht dann in die NATO, das ist schnell gesagt. Es gab die unterschiedlichsten, ganz am Anfang, Sie hatten es erwähnt, März 2022 gab es ja schon die ersten Ideen, so eine Art, damals nannte man das noch Finnlandisierung der Ukraine. Aber wenn ich ganz ehrlich einfach mich zurücksetze und sage, dass wirklich mal das Völkerrecht bedienen, ist es rechtens, was dort geschieht? Nein. Darf Russland das besetzt halten und dann auch, sagen wir mal, eininkorporieren in die russische Föderation? Nein. Aber wenn es nicht anders geht, muss ich mich fragen, ist Frieden das Wichtigere? Und welche Möglichkeiten gibt es da? Ich habe darauf im Moment keine Antwort. Es gibt viele Optionen. Aber ich denke, das ist der einzige Weg. Wir müssen schnell einen Waffenstellstand, dann in Friedensverhandlungen und dann abwägen, was möglich ist. Ein interessanter Streitpunkt ist ja auch immer die Frage der Osterweiterung der NATO, ob das nun ein Bruch der Vereinbarung war mit Russland nach der Wiedervereinigung oder nicht und ob das praktisch eine Bedrohung für Russland bedeutet. Interessant war im neuen, im letzten Interview von Tucker Carlson mit Putin hat er das ja auch wieder aufs Tapet gebracht, dass man hier also praktisch Russland getäuscht hätte und so weiter. Gleichzeitig wurde aber auch gefragt, ob er Polen und ich glaube Litauen angreifen würde. Und dann hat er im Prinzip sich unfreiwillig da eine Blöße gegeben. Er hat gesagt, sie würden das natürlich nicht machen, es sei denn, sie wären angegriffen und überhaupt, sie wären ja verrückt, wenn sie Polen oder das Baltikum angreifen würden, denn die wären ja in der NATO und dann würde man einen Weltkrieg oder einen Weltkrieg lostreten. Damit hat er genau die Antwort geliefert, warum die ostmitteleuropäischen Staaten in die NATO wollen, weil das die ultimative Garantie ist, dass die Russen die Finger von diesen Ländern lassen. Ja, also aus der, wäre ich Ukrainer, würde ich sagen, natürlich selbstverständlich, wir müssen in die NATO, denn damit sind wir geschützt. Das ist auch korrekt so. Ob die Ukraine, und das ist die Frage, dass dann auch, ob das umgesetzt werden kann, denn wenn die Ukraine, jetzt machen wir nochmal, sie hatten das ja eingangs gefragt, es würde jetzt an dieser Stelle, wo sich jetzt tatsächlich die Streitkräfte befinden, irgendeine Form von Waffenstillstand, Friedensordnung etablieren, dann ist es die Frage, ist das Land Ukraine, die Republik Ukraine, hat sie eine volle Souveränität über ihr Staatsgebiet? Das hätte sie dann nicht. ist es damit möglich, eine ja immer noch in einem Kriegszustand befindliche Ukraine in die NATO aufzunehmen. Es gibt einen Grund, warum das noch nicht geschehen ist. Das heißt also, es muss erst eine gesicherte Friedensordnung und eine Kontrolle über, eine Kontrolle und eine Souveränität über die Gebiete haben, die die Ukraine ausmachen. Das würde im Zweifelfall, wenn das also jetzt an dieser Kontaktlinie, ich sage, spreche das mal ins Unreine, das ist nicht abgesichert nach hinten oder auf keiner Seite, wenn also Ukraine auf Gebiete verzichten würde, auf die sie im Moment keine Kontrolle und Souveränität hat und dann sagen der Rest Ukraine, das ist die Republik Ukraine und die geht in die NATO, das hatte ich schon mal gehört anderen Orten, das ist nur schwer vorstellbar. Nein, ich denke, das ist der Grund, ich meine mal abgesehen von dem Interview von Tucker Carlson Putin, ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist natürlich auch für den auch eine Roadshow gewesen. Aber sie haben recht, Polen und auch andere Länder sehen sich natürlich in gewisser Weise sicher, das ist auch gut so, die rüsten allerdings auch, trotzdem, man muss einfach immer dem alten Spruch folgen, dass man qui vis parsem, Parabellum, wer Frieden will, muss rüsten. Also das wäre der richtige Schritt. Das wäre genau der Punkt. Der Krieg hat uns ja vor Augen geführt, wie schwach wir sind, dass auch die europäischen Staaten insofern als Garantiegeber einer Sicherheitsordnung ja fast weitgehend ausfallen und nicht umsonst deswegen die Amerikaner hier so einen großen Einfluss haben. Deutschland will nun entschlossener denn je aufrüsten. Nun ist sogar die Rede von einer Verdreifachung des 100 Milliarden Wumms für die Bundeswehr. Reicht das? Nehmen Sie das ernst? Wenn es so kommen würde, oh Gott, so viele Konjunktive, dann wäre vielleicht, wenn das so kommt, dann wäre das natürlich ganz wunderbar und auch die richtige Richtung. Dieses 2% Ziel, das sollten wir auch nicht aus dem Auge verlieren, des Bruttoinlandsproduktes und das natürlich nicht nur mal 2, 3 Jahre, sondern dauerhaft. Das können ja unter Umständen 80, 90 Milliarden Euro jedes Jahr sein. Könnte auf lange Sicht natürlich der entscheidende Punkt das, was es eigentlich braucht, nämlich Nachhaltigkeit erzielen. Die 100 Milliarden Sondervermögen, die werden schlichtweg dann auch aufgebraucht sein. Wir brechnen die ja jetzt immer mit dazu, sodass wir dieses Jahr auch über die 2% gekommen sind. Das heißt, das müsste sich ja dann verstetigen. Nein, was wir brauchen und das geschieht ja zumindestens, ich glaube noch nicht mit dem richtigen Wumms, aber zumindestens einigermaßen halbherzig. Wir brauchen eine nationale Rüstungsindustrie, die das auch liefern kann. Wir brauchen ein Personalmanagement, das die Menschen wirklich dazu begeistern lässt, eben auch Soldat zu werden. Aber Sicherheit ist eben heute nicht nur Streitkräfte. Es geht um eine Resilienz einer Gesellschaft. Es geht darum, das haben wir gesehen in der Pandemie, Ich mache da keinem Vorwurf, ich hätte das auch so nicht einschätzen können. Wir brauchen eben auch für Großschadensereignisse, wir brauchen Vorsorge, wir müssen einen Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz und, und, und. All diese Dinge gehören mit dazu. Die Speerspitze sind sicherlich die Streitkräfte, die dann eben auch ausreichend Munition brauchen und Fluggerber und Waffensysteme. Aber vor allem brauchen wir die Menschen dazu. Vielleicht noch ein deutlich verstärkteres Reservistensystem. Das ist glaubwürdig. Wenn das kommt, dann wäre das gut. Wie kann es denn überhaupt sein, dass hier ein Land, das den siebtgrößten Wehretat der Welt und den zweitgrößten Europas ohne Russland hat, dass sie einen, ich sag mal, Schrotthaufen hat als Armee oder wie der damalige Heeresinspektor Mais meinte, wir stehen blank da. Wie kann das sein? Geht da zu viel Geld für Verwaltung oder für die Personalkosten eines Wasserkopfes drauf, statt in Rüstung und wehrfähige Soldaten zu stecken? Also, ich will mich da nicht aus der Verantwortung ziehen. Zumindest bis vor zwei Jahren hatte ich, wenn auch dann nur kurz als Inspekteur, die Verantwortung mit und habe das auch mit beobachtet. Und ich kann Ihnen sagen, dass insbesondere hohe Offiziere, aber eben auch Unteroffiziere, die ganz genau wissen, was vor Ort geschieht, aber vor allem Generalität, Admiralität und auch in der politischen Führung im Ministerium, das sehr wohl gesehen wurde, woran es hapert und hakt. Ja, Sie haben recht, so wie unser ganzes Land in dem Bürokratiemonster versinkt, ist das da nicht anders. Das Beschaffen, das vor allem in den Service, also in den Dienstbringen von Waffensystemen, aber nicht nur von Waffensystemen, von vielen Systemen, ist so hürdenreich, dass sehr viel Geld auf der Strecke bleibt. Andere Nationen, ich habe mal beim Suchen in Japan immer gesehen, wie praktisch das Geld viel konkreter und direkter verwendet werden kann. Auch in anderen Ländern ist das so. Frankreich ist natürlich noch ein Sonderfall, weil sie auch sehr viele Staatsbetriebe haben, die eben auch Rüstungsindustrie sind. Bei uns ist das ja privatwirtschaftlich organisiert. Das müsste man überlegen, was ist der beste Weg. Aber ich gebe Ihnen recht, also ich habe das zwar auch schon mal gesagt, insofern wäre ich jetzt unfair, wenn ich behaupten würde, ich hätte das nie gesagt, vom Sprotthaufen gesprochen. Wir haben leider Gottes vieles nicht mehr, jetzt kommt das Wort wieder, nachhaltig eben ergänzt, ergänzt, ergänzt und dann eben auch weiterentwickelt. Wir halten lange Zeit Waffensysteme im Dienst, wenn andere Nationen das bereits schon durchgetauscht haben. Und am Ende stehen wir natürlich auf veraltetem Material. Ist nicht auch der Grund, dass wir letztendlich nie mehr im Bewusstsein gehabt haben, dass der Krieg wirklich hier nach Europa getragen wird, sondern dass wir immer dachten, wir machen hier so eine Art bewaffnete Entwicklungshilfe rund um die Erde, aber dass wir hier buchstäblich in der Mitte oder am Rande Europas wieder mit einem ernsten, konventionellen Krieg zu tun haben, dass man das einfach gar nicht mehr im Kopf hatte. Ja, zwei Dinge, würde ich sagen. In den 90er Jahren ist es genau so gewesen, wie Sie es gerade geschildert haben. Man sagt ja immer so ein bisschen bewaffnetes THW, weil wir Brunnen gebohrt haben in Somalia. Das hat sich aber schon verändert. Also der Afghanistan-Einsatz war am Ende das, was Minister zu Guttenberg gesagt hat. Es war ein Krieg. War vielleicht schon am Anfang Reise, von Anfang an ein Krieg, aber da ist es schon sehr bewusst geworden. Erteilen schon die Tatsache, dass ein Vertreter der Regierung eben das Wort Krieg in den Mund nahm und es dann auch in dieser Weise fast schon kultiviert hat. War schon der wichtige Punkt. Bei der anderen Sache, bei der Frage, ein Krieg in Europa, mal abgesehen davon, was wir eben auf dem Balkan schon erlebt hatten. Ich erinnere mich immer wieder, dass es darum ging zu sagen, wir haben ja noch zehn Jahre Zeit. Und wir haben ja noch so und so viele Jahre Zeit, weil unsere Indikatoren dafür, ob es zu einem Krieg kommen kann, die lassen uns eben diesen Zeitraum, bis wir dann tatsächlich wieder so gerüstet sind, dass wir einem solchen Bedrohung begegnen können. Ich habe bei verschiedenen auch Interviews mal gesagt, als ich noch aktiv war, da wurde ich sehr gescholten, auch von der Presse. Also ich sagte, die russische Marinerüstung alleine in der Ostsee, das war kurz nachdem ich die Marineschule als Admiral übernommen hatte, die Marinerüstung der Russen auf der Ostsee ist frappierend und sie ist alarmierend. Da hieß es dann, ja mein Gott, das ist ja so ein Kriegstreiber. Und Journalisten, die mich kurze Zeit danach dann abgestraft hatten, nach meiner Indien-Geschichte, haben dann plötzlich geschrieben, warum sind wir nicht gerüstet eben und warum haben wir in der Vergangenheit so wenig getan. Ich denke, wenn wir es jetzt nicht gelernt haben, jetzt ist doch, weiß Gott, der Weckruf da. Und jetzt muss alles in die Hände genommen werden. Aber natürlich ist dieses Land, hat noch zig andere Probleme. Wir haben ja für viele Bereiche was schleifen lassen. Da wird natürlich Militär, jetzt sollte es natürlich zumindest mit da vorne bei den ersten drei mit dabei sein. Aber ich denke, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt und zu einer Friedensverhandlung, ist die große Gefahr, dass man das wieder fallen lässt und man dann wieder in einen alten Trott zurückfällt. Das sollte uns nicht passieren. Haben Sie auch den Eindruck, dass letztlich die Frage der Wehrbereitschaft, Wehrwillen letztendlich auch immer den Kern berührt, wollen wir eine Nation sein? Sie müssen ja jetzt erleben, dass komischerweise Grünen-Politiker oder der Bundeskanzler hat jetzt gerade auch nochmal die Formel Slava-Ukraine in den Mund genommen. Und parallel, also diese Schizophrenie, einerseits feiert man ukrainischen Nationalismus, und auf der anderen Seite versagen wir uns immer noch eine normale Nation zu sein, zu der es auch gehört, stolz aufs eigene Land und auf die eigene Armee zu sein. Jetzt wird es natürlich politisch-philosophisch. Das eine ist militärisches Handwerk. Dafür braucht es keinen Politiker. Da haben wir in der militärischen Führung wirklich kluge Köpfe, die einem genau sagen können, was man braucht. Bei der Frage, also würden wir es mal modern ausdrücken, wir nehmen die Menschen mit, die also in diesem Falle einer, das sprach ich vorher mit der Resilienz an, die eben als gesamtgesellschaftlich eben eine gewisse Awareness, ein gewisses Gefühl haben, eine Aufmerksamkeit dafür, was für Gefahren nur auf uns drohen, und dass man sich daran auch zu beteiligen hat, dass das eben auch abgefedert werden kann. Das mag über die Nation gehen. Ich glaube, das ist bei uns, da haben wir einfach noch immer Denkblockaden im Kopf. Aber es muss einfach die, nein, sagen wir mal nicht Rhetorik, das klingt schon so abwertend, die Sprache muss eine andere werden. Ich bin einfach der Auffassung, dass eben diejenigen, die in Führung und Verantwortung sind, insbesondere im Politischen, denn das Militär sollte da immer nur die zweite Geige spielen, müssen diese Sprache sprechen, damit jeder auch versteht, was hier gerade geschieht. Und ob das nach dem anfänglichen, nach der Zeitenwende Rede, die ich auch sehr beeindruckend fand, hat das nachgelassen. Und es sind schon wieder andere Themen wichtig. Und dann seien Sie ehrlich, wenn die Sicherheitskonferenz nicht wäre, würden wir hier auch nicht sitzen. Zwei Jahre der Krieg, ja okay, das ist so ein Jubiläum. Aber es ist schon wieder am Abflachen. Zum Schluss, wie ernst nehmen Sie Trumps Drohung europäischen Staaten, wenn sie nicht genügend für die Rüstung tun, den Atomwaffenschutz zu entziehen? Den brauchen wir, wie jetzt gerade aktuell diskutiert wird, EU-Atomwaffen oder sogar eine deutsche Atomwaffe? Also das Gefährliche an Trump ist, aus meiner Perspektive, dass man ihn wirklich ernst nehmen sollte. Allerdings ist natürlich auch das amerikanische System nicht so, wenn auch sehr stark als präsidiales System, auf eine Person zugeschnitten, aber doch so mit vielen Checks und Balances, dass man dort nur hoffen kann, dass es dort auch Menschen gibt, die ihn richtig beraten. Auch Amerika hat ein strategisches Interesse an der Sicherheit Europas, auch wenn sie sich sehr stark jetzt Richtung China bewegen. Die Atomwaffe, die Zeiten sind nun leider Gottes vorbei, wie Mao Zedong, der in seinem kleinen roten Buch geschrieben hat, die Atomwaffe, sein Papiertiger, sie wird, jetzt gehen wir mal davon aus, wieder die Konjunktive, es würde tatsächlich dazu kommen, dass es so wäre, dass der Westen Europas durch die Amerikaner nicht geschützt würde, das müsste ja ein unglaubliches Zerwürfnis zwischen den europäischen Staaten und den USA innerhalb der NATO vorausgegangen sein. Das, davon gehe ich nicht aus. Braucht, das ist ja davon jetzt mal ganz unabhängig, die europäische Autonomie braucht, die Europäische Union, oder braucht Europa, eine Atomwaffe. Die Großbritannien und Frankreich haben sie. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was die Amerikaner haben. Die Frage stellt sich, Atomwaffe, okay, wer soll das machen? Unter welcher Führung? Wer soll mehr oder weniger die Kontrolle darüber haben? Die Europäische Kommission? Oder irgendein militärisches Organ, das von Europa mit so und so vielen Staaten dann im Zweifelfall die einen sagen, nein und ja. Mit Parlamentsbeschluss am Schluss. Mit Parlamentsbeschluss. Nein, ich bin auch kein Freund dieser Vorstellung der Europäischen Armee. Das sind Worte mit Symbolcharakter. Wir brauchen die Amerikaner. Ich möchte auch gar nicht, das wäre jetzt mein Rat, solange wir also jetzt nicht einen, wenn auch sehr erratischen Kandidaten der Republikanischen Partei, aber wir brauchen die Amerikaner als Schutz. Und wenn sie uns den Schutz tatsächlich in dieser Weise, dieser oder ein anderer Präsident nicht mehr gewähren, dann müssten auch andere Nationen in Europa darüber nachdenken. Und wir haben zwar einen Kernwaffensperrwaffenvertrag unterschrieben, aber wenn wir die Sorge haben müssten, eine existenzielle, vitale Sorge, würde, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht geschützt wäre und sie wäre durch solche Streitkräfte an und durch andere Länder bedroht, muss auch Deutschland neu denken. Brauchen wir eine Rückkehr zur Wehrpflicht? Ja. Welche Rolle spielt das für Sie? Warum ist diese, die oft sagen, militärische Profis, nein, heutzutage kommt man mit Berufssoldaten besser klar, aber was ist der entscheidende Faktor der Wehrpflicht? Es hat sehr viel damit zu tun, was Sie vorher ganz kurz im Nebensatz angesprochen hat. Es ist die Frage, nennen wir es mal die Nation, die Frage, wie nehmen wir eben Bevölkerung mit? Sicherlich ist es richtig, wenn wir in den Auslandseinsatz gegangen sind, das haben wir ja seinerzeit auch gemacht, in Auslandseinsätzen gingen Zeit- und Berufssoldaten und zu Hause blieben dann die Wehrpflichtigen, die die ganze Grundlast getragen haben. Die Durchmischung in der Gesellschaft, eine Dienstpflicht zu haben für die Gemeinschaft. Ich weiß, dass jeder FDP-Politiker wird jetzt aufschreien und sagen, das ist die Einschränkung von individuellen Freiheiten. Nein, ich denke, dass die Wehrpflicht, die ja man auch weiterdenken muss, auch nicht nur für Männer, sondern im Zweifelsfall nochmal in irgendeiner Form eben die Frauen mit einbinden, allgemeine Dienstpflichten, die eben auch Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, technisches Hilfswerk, Feuerwehr und, und, und sein könnte, um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zum Schutz eines Landes, einer Nation. Ich denke, das ist etwas, was auch viele Menschen mitnehmen würde, die wir neu haben, Neubürger, die hier gebraucht werden und jetzt unabhängig von dieser Diskussion, Migration, Fachkräfte, aber die Menschen, die hier Deutsche sein wollen, denen man zum Beispiel durch die Möglichkeit geben könnte, über einen gewissen Zeitraum eben auch einer Wehrpflicht oder einem Wehrdienst, Pflicht wäre es ja dann nicht, einen freiwilligen Wehrdienst zu leisten, um ihnen damit die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel die deutsche Staatswahl-Geräuschheit zu bekommen. Also sie zeigen, sie wollen hier mit am Gemeinwesen arbeiten und es mitschützen. All diese ganzen Optionen liegen auf dem Tisch. Ich habe den Herrn Verteidigungsminister Pistorius auch so verstanden, dass diese Ideen mitgedacht werden. Ich denke, das wäre eine große nationale Kraftanstrengung. Das geht nicht über Nacht, aber ich denke, es wäre auch ein sehr einigender Faktor für eine an mancher Stelle ziemlich gespaltete Gesellschaft. Herr Schönbach, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020